Berlins Geheimtipp. Fleisch vom Smoker, 25 verschiedene Biere und Billard in einem Haus. Die Biermeisterei bei Lemke. Mitten in Berlin ein super chilliger Biergarten. Tolles Ambiente. Begonnen haben wir mit einer Original-Berliner Weiße, natürlich sauer, die war super erfrischend. Wir haben uns dann die Speisekarte angeschaut und uns für ein Pulled Pork Sandwich entschieden. Die Short Ribs, die mehrere Stunden im Smoker waren. Und diese unglaubliche Poutine mit Gravy und geschmolzenem Käse. Ich habe mich für ein Helles entschieden. Das Pulled Pork Sandwich war butterweich. Anschließend bekam ich ein West Coast IPA, super fruchtig und intensiv lecker. Das Wetter ist ein bisschen schlecht geworden, deswegen sind wir in die Barrel Lounge gegangen, um dort ein Imperial Stout zu genießen. Ein Stockwerk höher befindet sich der Barter Billard Salon mit Excellent Petition. Wir haben eine Runde gespielt und waren sehr zufrieden. Anschließend haben wir uns unten im Shop noch ein paar Biere für den Abend geholt.